Hallo und herzlich willkommen auf dem Detlef Stand beim Caravansalon in Düsseldorf. Ich darf euch heute die Neuheiten von unseren Caravans zeigen beim SeaJoy. Der SeaJoy ist ein Fahrzeug, was für junge Familien gedacht ist, für Einsteiger im Caravaning, weil das Fahrzeug einfach sehr kompakt ist und auch von kleineren Zugfahrzeugen problemlos gezogen werden kann. Ein Riesenvorteil beim SeaJoy ist, dass er eine Breite von 2,12 m hat. Das bedeutet, dass er relativ leicht zu handeln ist und auch in kleineren Straßen eigentlich problemlos gezogen werden kann. Ein Riesenvorteil, was ich finde beim SeaJoy, ist der Stauraum. Das würde ich gerne mal am Fahrzeug zeigen. Und zwar hat unser SeaJoy einen großen Stauraumbereich unter dem Bett. Das kann ich mal kurz vorführen. Das wäre einmal hier. Das ist im vorderen Bereich. Dieser Stauraum kann von innen wie auch von außen erreicht werden. Und wir haben noch zusätzlichen Stauraum unter den Kinderbetten. Einmal hier. Hierzu kann man einfach das untere Bett, den Lattenrust problemlos hochheben und auch hier Gepäck verstauen. Beim SeaJoy haben wir in diesem Jahr das Interieur komplett neu überarbeitet. Wir haben auf frischere und hellere Farben gesetzt und zudem wurden die Polster aus einem Garn angefertigt, welches aus 100% recycelten PET-Flaschen hergestellt wurde. Was mir persönlich beim 480 QLK gefällt, ist die Raumaufteilung, weil wir hinten einen großen Bereich haben für die Eltern zum Schlafen, ein sehr bequemes Bett. Wir haben diese wunderschöne Sitzgruppe, welches Platz hat für zwei, vier oder sechs Personen, wenn man sich ein bisschen zusammenkuschelt. Und was sehr praktisch ist, wenn man ein bisschen mehr Raum im Fahrzeug haben will, kann man den Tisch auch ganz einfach nach innen fahren. Das dient auch zusätzlich als kleine Ablage in der Nacht und man kann quasi über die Sitzgruppe ins Bett einsteigen. Zudem wurde beim SeaJoy ein neuer Kühlschrank verbaut, ein energieeffizienter Kompressorkühlschrank. Das bedeutet, dass er nicht mehr mit Gas betrieben wird, sondern mit Strom. Das heißt auch, dass er einfach schneller runterkühlt und auch wenn es draußen sehr heiß ist, diese Temperatur, die kühle Temperatur beibehält. Unter anderem haben wir beim SeaJoy, was mir ganz gut gefällt, die Klickstrahler, welche man mit einem Handgriff abnehmen kann und dort wieder einsetzen kann, wo man sie braucht. Wenn man abends ein Buch lesen will, kann man sie mit ins Bett nehmen oder man holt sie sich zum Tisch vor. Genau. Ansonsten in dem Fahrzeug, wir haben eine große Küche, wir haben einen Dreiflammernherd und sehr viele Verstauungsmöglichkeiten für Teller und Geschirr.